Also, wir machen jetzt eine Dschungeltour und laufen jetzt durch den El... Portal. Arboles Grande, zu den großen Bäumen. El Junque. Im Dschungel. Wir sind erst jetzt hier noch auf dem Parkplatz, aber wir sind gerade dabei, direkt in den Dschungel einzutauchen. Und zwar, hier geht es hinein. Das sieht aus wie ein Eingang, da wachsen schon riesige Bambusbäume. Hier ist auch jemand, der verkauft Erfrischungen. Und jetzt gehen wir hier in diesen Park hinein. Hier ist eine Übersichtstafel, auf Englisch und auf Spanisch. Und der Park schließt um 7 Uhr, um 6 Uhr abends. Und jetzt gehen wir einfach mal hier hinein, um die Wildlife Area zu besichtigen.